Neue Saison, neue Spieler. Heute sind wir beim FCB und stellen vor den Jonas Omlin. Zusammen mit Adrian Ayeti. Jungs, sind ihr bereit? Ja. Wir würden gerne mal schauen, ob ihr richtig gut schiessen könnt. Wir haben hier unsere Anlage mitgebracht. Weiter zum Elfmeter und hauen zur richtigen Druck. Fängst du an. Wer wird da gewinnen? Ich hoffe, er. Wieso? Ja, das ist schön. Du musst schon noch den Bums ablassen. Du könnt nachher noch in die Weite hauen von mir aus. Haha. Wie ein Lech du mir warst. Das war mal eine Vorlage. Das war mal eine Vorlage. Genau das gleiche. Ein bisschen schneller. Da ist er. Da greift er an. Der hat nur so getönt. Der hat nur so getönt. Schön getönt. Der hat sehr gut getönt. Auf. Das ist Rekord. Schau jetzt. Ja. Bravo. Mit dem kann ich mir aufhören. Bravo. Weil wenn ich meistens schriße ich nur noch fester. Zweite Aufgabe. Was? Die letzte Challenge ohne jonglieren und ein paar Fragen beantworten. Vielleicht hilft Albi mir, vielleicht hilft dir, was du schon über Basel und den Klub weisst. Kannst du dich mal jonglieren, muss ich zuerst fragen. Ich bin auch gespannt. Was sind die schönsten drei Tage im Basel? Fosnacht. Stimmt das? Ich gebe ihm recht, stimmt. Und welche Zeit fängt der Morgenstreich an? Vier. Stimmt das? Stimmt auch. Du hast noch eine gute Frage. Weisst du denn überall, wie viele Meister steht in der FCB? Ich sage 23. Das war falsch. Knapp daneben. Das war optimistisch. Aber wir müssen es noch auflösen. Wie viele sind es? 20. Die wichtigste Frage ist, weisst du überhaupt, wie viele Goals der Torschützerkönig vis-à-vis von dir in der letzten Saison geschossen hat? Was ist nötig, dass er sich schnell akklimatisiert hier im Basel? Ich glaube, gegen euch war ich das 17. Stimmt. Eines wollen wir noch wissen. Basel hat so fünf Brücken über den Rhein. Mit drei wäre ich schon zufrieden. Keine Chance. Was ist nötig, dass er sich schnell akklimatisiert hier im Basel? Die guten Freunde hat er gefunden in Basel und die Mannschaft. Das ist immer wichtig. Und ich glaube, ich helfe ihm bei der Wohnung zu suchen, dass er eine schöne Umgebung findet. Und am Abend, wo er fortgeht, zeigst du mir auch die richtigen Lokale? Ich habe ihm schon mal ein paar Orte gezeigt, aber ich glaube, die besuchen wir zusammen. Okay, dann danke ich euch herzlich. Ich wünsche euch beiden eine richtig geile Saison. Wollt ihr eigentlich einen Titel retor holen, dann lasst ihr ihn in Bern. Dann holen wir ihn zurück. Hast du gesprochen? Ja, komm, Tschüss. Okay, wir sehen uns das nächste Mal an einem anderen Ort, bei einem neuen Club. Bis dann, tschüss zusammen.